traditionelle schuhbekleidung ist jetzt lange herrück hier war so sehen bananen aus wenn sie anfangen zu wachsen mahal gaji kan kalau di jaman kau boleh jauh kata-kata kamu alun saya pakai kamera oh nanti kasih lihat orang di sana bilang ini kampungnya eh istrinya baru bukan danta danta die brücke sieht aus So, hier unten am Fluss habe ich ein paar winzige Fußsprungen entdeckt. Ich habe jetzt eine Wildkamera aufgestellt, die Volleyguard. Mal gucken, was kommt. Bei dem Fluss hier, wenn man die Leute fragt, der Fluss heißt, dann sagen die, da ist Fluss. Hier sind jetzt tatsächlich richtig erkennbare Spuren. Die erkennt sogar ein Laie. Und da werde ich die Kamera hier irgendwo postieren. Jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd, hier ist kein Baum. Vielleicht da oben, aber das ist ganz schön weit weg. Oder der kleine hier oder so. Mal gucken. Aber ich hole die nochmal zurück, weil hier sind jetzt überall Spuren. Hier stelle ich dir auf. Da oben waren zwar Spuren, aber die waren so undeutlich, dass ich die fast gar nicht gesehen habe. So, die Kamera habe ich jetzt umgehangen. Die hängt jetzt da oben und zeigt genau auf die Stelle, wo die Spuren gewesen sind. Ich marschere jetzt zurück ins Dorf. Ich bin kaputt. Es ist fast mittags. Um die Mittagszeit wird es sehr, sehr heiß hier. Da ist es nicht gut, sich viel zu bewegen. Es ist sehr anstrengend. Ich sehe gerade wieder so eine Spinne wie vorhin. Schönes Tier. Jedenfalls, dann gibt es Mittag. Ausruhen. Solange der Kleine da unten drin bleibt, da, bleibt der Große auch so liegen. Tja, die Zeit war anscheinend noch ein bisschen zu kurz. Es ist, es ist. Ich muss die Kamera länger hängen lassen. Die einzigsten Aufnahmen, die da drauf waren, das bin ich selber. Ich denke mal, ich lasse die hier einfach so lange hängen, bis ich das nächste Mal wieder hierher komme. Aber meine Kamera hat einen kleinen Besucher. Ein harmloser Hundertfüßler. Tilly, Tilly. Tudu, Tudu. Der fühlt sich extrem hart an. Ja gut. Oh, ich muss den Gurt ein bisschen straffer machen. Also ich lasse die Kamera jetzt einfach hier hängen, bis ich das nächste Mal wieder hierher komme. Das dauert ein paar Monate. Die Solarzelle kriegt zwar nicht gerade viel Saft, aber na ja, für die paar Aufnahmen wird es vielleicht reichen. Na gut. Oral Techno. Low Beach. Ja, ja, ja.